Das ist sehr nett, aber vielleicht denken Sie dabei, noch ein bisschen mehr an Ihre Interessen. Ich finde, Sie sollten nicht von den Leuten verlangen, dass Sie herkommen und alles Mögliche machen. Dann machen Sie es und Sie sind trotzdem noch nicht gut genug. Finden Sie das in Ordnung? Wenn man bereit ist, alle Kämpfe auszufechten, die man ausfechten muss, um das Ziel zu erreichen, wer hat das recht eine Aufzahl? Sie haben das Recht, auf Ihr Gefühl zu hören, aber niemand hat das Recht, Nein zu sagen, nachdem man alles getan hat, um das zu tun, was man tun will und was man ist. Wie älter ich werde, das läuft, dann muss ich mich von Dingen verabschieden. So ist das Leben! Unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein. Unsere größte Angst besteht darin, grenzenlos mächtig zu sein. Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigt uns am meisten. Es dient der Welt nicht, wenn Du Dich klein machst. Dich klein zu machen, nur damit sich andere um Dich nicht unsicher fühlen, hat nichts Erleuchtetes. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Es ist nicht nur in einigen von uns, es ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser Licht scheinen lassen, geben wir damit unbewusst anderen Erlaubnis, es auch zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch die andere. Du weißt nicht, was ein wirklicher Verlust ist. Denn das lernst Du nur, wenn Du jemanden mehr liebst als Dich selber. Das lernst Du und niemanden hat das Recht, das zu sagen. Wer? Niemand. Sie haben das Recht, auf Ihr Gefühle zu hören, aber niemand hat das Recht, Nein zu sagen, nachdem man alles getan hat, um das zu tun, was man tun will und was man ist. Vielleicht tun Sie nur Ihren Job, aber warum wollen Sie verhindern, was ich meinen tun? Wenn man bereit ist, alle Kämpfe auszufechten, die man ausfechten muss, um sein Ziel zu erreichen, wer hat dann das Recht, einen aufzuhalten? Ja! Bis zum nächsten Mal.